moin leute herzlich willkommen hier zurück auf burgenland kreis im bogenland sagen wir einfach in den bogenland kreis der britz ist ja immer so ein zungenbringer sagen wir im bogenland wenn das okay ist so lange rede gar keinen sinn wir müssen wir anfangen zu pressen wir müssen die fläche auch mal fertig freikriegen drescher ist mit raps schon wieder voll da müssten wir auch in den leben hätten wir müssen jetzt mal eben sehen dass wir anfangen zu pressen das ist glaube ich ganz sinnig wenn ich jetzt noch mal weiß wo ich meine pressen hat hier hinten gestern von meinem malheur ist fast weg immer noch nur fast nicht ganz aber fast so ich hoffe der zieht die presse unser kleiner mobs hier du hattest auch keine interactive control ne ne ja dann schade fahren wir mal los fahren wir über turbo hohen lang und super ente muss ja auch sein entschuldigung fridolin hat gesehen dass da eine raddeck ist deswegen ist der schnell hingesprittet jetzt vom wegen knicke knacken und so na das läuft hier so abflug nix mit abflug fiske vor nie kannst du nicht sein ein tor sind wir jetzt hier vor ruhen gepiepeln oder was ja 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 alles klar danke fürs gespräch hier sind die nazi überhaupt in allen das hier aber die pieke der echte siehst hier gar nix läuft so hier sind wir auch im krassen hoppel immer dann nehmt euch nichts vor müssen wir pressen ein bildchen wäre auch nicht schlecht von der seite da ist die sonne nicht so irgendwie jetzt geht über den schrack voran danke da wollen wir mal gas geben da sind gar nix mehr ist nicht schön macht sich nix das ist schimmig wenn die nix nicht siehst ne heute pokts Aber nicht wirklich, aber er zieht's. Was willst du mehr? Man, jetzt sind wir aber auch ewig an dieser Weg. Schick, klar. Ich muss mich schon wieder konzentrieren. Ich fahre mal ein kleines Stück vor. Z, was? Ah, ich habe einen Wallen hergekommen. Svenny, du hast mal mal hingekriegt. Nicht schlecht, ich bin ja imprägniert. Die Nacht, man schneidet schon wieder Hecken. Kann das nicht so. Ist ein bisschen grell heute, ne? Jo, Sommertag, da ist halt immer hell. Da müsst ihr die Sunglasses absetzen, wenn ihr das Video guckt, ne? Dann klappt das auch. Das ist krass hell. Aber das ist halt so, wenn du mit diesem Real-Light-Mod, Real-Day-Light-Mod spielst. So ein Real-Light-Mod, oder wie du Dinge auch immer hörst. Aber ich finde, die macht einfach schöne Bilder, ne? Guck da, Obläschen. Na, wie ist die Logge? Alles Gute im Busch? Ist noch nicht so gesprächig, die kennen uns hier noch nicht so. Sonst sind die eigentlich immer ganz gut zufrieden, ne? Z. 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 Ist er denn abgelehnt? Sie wollen nicht. Z. Oh, nee, das hätte ich nicht machen dürfen, ne, Idiot. Nee, ist jetzt egal. Ist ja was liegen geblieben, ne? Z. Oh, nee, das hätte ich nicht machen dürfen, ne, Idiot. Oh, cool. Oh, nee, das bleibt ja nie so weh, wie ein Stroh prissen. Jawohl. Man hätte ja auch Quarterball machen können, ne? Nee, nee, hätten wir nicht. Man könnte Presse dafür. Na klar hätte man sich jetzt auch eine Presse mieten können, einen 11.000 Liter Ball machen können, aber nee. Kein Geld. Wie weiß, wofür... Ja, die Kohle geht bestimmt alle fürs Kalten drauf, ey. Ist stark von uns gehen, ey. Wir fangen mal ein Stück vor. Wir haben die Szenen abgelegt, warum, ne? Das passt ja doch alles in. Ich sehe nichts. Ja, war nicht so. Ich weiß nicht, war nicht so. Ja, war nicht so schlimm bei denen. Ja, war nicht so schlimm bei denen. Hat sie eben nicht, ne? Boah, ey. Ist so ein bisschen schwach auf dem Brust. Aber ich wollte jetzt nicht den 6R abhegen von morgen, weil wir ja noch den Rockstar abhegen müssen. Mit Wegen, mit Wegen, mit Wegen, mit Wegen. Ne, zwei Kronen für noch. Ne. Drei Kronen haben wir noch gefühlt. So, abgelegt hat er. Ein Stück vorfahren. Hier ist mal ab. Abgelegt hat er auch. Müsste passen. Ich glaube, da können wir jede Menge Stroh nur von verklappern, ne. Puh, wenn wir die Belückels machen und so, da kommt ein ordentlich Stroh in den Stall, ne? Aber wo lagern wir das? Puh! Oh, nicht so einfach, du. Das ist auch noch komisch, ne? Aber ich finde es schade, das Stroh zu verschwenden. Sagen wir mal, wie sie ist. Ich leg mal ab. Danke. Ich fahr dich mal da raus. Ich fahr mal ein kleines Stück vor. Ich leg den noch mal ab. Danke. Schwierig. Du musst immer voll ein Lenkrad reißen. Weißt du, Pedale drücken und so. Fußkupplung, Bremse. Hast du den jetzt rausgemacht? Ja. Aufgepasst. Du machst aber. Du machst aber. Du machst, du machst. So ist ja nicht. Kein weh, ne? Sie haben ja fette Schorn, ne? Ja, gar nicht Arbeitsplatte dies, ne. Das ist auch nicht zu verachten, ne. Lech mal bitte ab. Mach mal hoch. Zwei Zentimeter Vorform. Ablegen. Danke. He. Eine Viertelstunde. Wir sind noch nicht einmal runde. Sack und Asche, ey. Da haben wir auch nicht mal zu fahren. Das läuft schon mal. Das läuft schon mal. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr zählen müssen. Das ist dann mehr, dass wir alle tut hier immer. Wir sollten mal rein. Konzentrieren. Auch Ballen. Hier hengucken, da hengucken. Dass ihr die gelben Zahlen auch bei der Helligkeit siehst. Macht immer ganz viel Laune. So, abgelegt hat er. So, abgelegt hat er. Ich fand drei Meter vor. Legen den Ball nach. Hat er auch. Feuer vor. wie üblich in der morgen für treibkummer und sorgen das sollte jetzt gesagt sein wir schicken guck mal, dreimal rum haben wir, fast eine viertel stunde ist ja wunderschön hoffentlich liegen die ballen auch einigermaßen zu sind, dass wir die vernünftig aufladen können hier wird sich in es mach dich ins höchste, wenn möge, li ja, koin ding, mukfi schicke und da war aber grunnen Lenni-Port wieder bleibt wieder gespeichert, als wir weiter ich glaube, ist doch alles ok ja wird jetzt ein bisschen mehr, weil muss ich jetzt gucken ne, richtig ist ja nicht, muss ein paar Meter vorkommen wahrscheinlich hab ich die alle so shit hingelegt, ne die alle voll auseinander liegen aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs zu gucken wir sehen, ne wenn es euch gefallen hat dann würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, ne wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss